Oh, ein Jäger, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für den neuen Jäger. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Ein Jäger, der sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von dem Bestien unterscheiden. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Ein Jäger muss jagen. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Ein Jäger muss jagen. Und dann geht es auf jeden Fall. Vielen Dank.